Was ist das? Er ist eine Aufziehfigur. Wie eine Musikbox. Wer hat ihn gebaut? Ich nehme an, ein Magier. Siehst du das? Ein Schlüsselloch in der Form eines Herzens. Noch so ein Geheimnis. Ich hab ein Teil von... Gabenfeuer. Du kommst zu mir. Wo sind deine Eltern, kleiner Mann? Los! Hey! Aus dem Weg! Lass mich durch! Mach Platz! Wer bist du? Wo ist dein Zuhause? Ist es ein Geheimnis? Ja. Oh gut, ich mag Geheimnisse. Du bist also ganz allein. Nein, eigentlich nicht. Woher hast du das? Wieso passt mein Schlüssel in die Maschine deines Vaters? Hast du Lust auf ein Abenteuer? Haltet den Jungen! Ergreift ihn! Er malt! Ich glaube, das ist eine Nachricht von meinem Vater. Das ist ein gefährlicher Ort. Habt ihr verstanden? Seht euch vor. Das ist Neverland und Oz und die Schatzinsel. Alles zusammen. Willst du das wirklich tun? Wir werden Ärger bekommen. So ist das bei einem echten Abenteuer. Mein Leben hat mich gelehrt. Ein Happy End gibt es nur in den Filmen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Tee-go! No!